... Jürgen hat heute einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet, beginnend am 1. Juli 2008, endend am 30. Juni 2010. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir mit Jürgen Klinsmann unseren absoluten Wunschkandidaten zum FC Bayern holen konnten. Am 1. Juni 2010 möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir mit Jürgen Klinsmann den Spiel herausbekommen haben. Ich habe eine eigene Philosophie entwickelt, die ich teile mit Joachim Löw. Dass wir mit der gesamten Familie nach München wiederziehen, wo unser Sohn Jonathan vor zehn Jahren geboren wurde. Dass Jürgen sich für uns entschieden hat, er hatte auch andere Angebote. Zu vordererst möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue und auch geehrt fühle, Trainer beim FC Bayern München werden zu dürfen. Es ist eine ganz, ganz besondere Konstellation. Vielleicht ähnlich eine besondere Konstellation, wie es vor dreieinhalb Jahren war, als ich Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden durfte. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, auf so einem Niveau arbeiten zu dürfen, wie es der FC Bayern bietet. Sie gehören zur Crème de la Crème im Weltfußball. Und als der Anruf kam, kurz vor Weihnachten, von Karl-Heinz, war eigentlich emotional die Entscheidung recht schnell gefallen, weil die war natürlich in Absprache mit meiner Frau. Während der Weltmeisterschaft vor eineinhalb Jahren... ... sind in Ruhe vorbereitet und wenn Fakten da sind, das heißt, wenn die Tinte trocken ist... Es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es ist eine Ehre für mich, hier aufgenommen werden zu dürfen und hier im Prinzip eine Arbeit weiterzuführen, die ich vielleicht in gewissen Ansätzen mit der Nationalmannschaft angefangen habe. Ich habe während den zwei Jahren mit der Nationalmannschaft gelernt oder erste Schritte gelernt, wie man eine Mannschaft führt, wie man Spezialisten involviert, wie man mit dem Stab arbeitet, um letztendlich das Maximum aus den Spielern herauszubekommen. Es ist definitiv ein enormes Honour und ein Pleasure zu haben, die Möglichkeit zu coach Bayern München. Es ist der Nummer-one-klub in diesem Land und es ist ein Privileg, hier zu sein und ich freue mich auf ihn. Ich hatte auch andere Optionen, aber es ist bei weit der beste. Das war die beste Möglichkeit, die ich konnte.